Und herzlich willkommen zu euch bei E-Tipsi. Heute wieder eine Runde Minecraft-Together auf dem Minecraft-Server. So, mal eben passen wir mal auf den Join. So, und es hat sich einiges verändert. Man sieht hier schon, na, den Kabelstone-Generator, den ich vergessen habe, zu machen. Fuck, den soll ich mal schnell machen. So, und? Wo sind die Sachen? Ja, wir haben unseren Klaus gehoben. Mal gucken, wie schärft es, blau ist das. Hier. Guck mal. Warte. Mal testen. Der ist nur noch nicht so ertragreich. Den, ich bin auch noch nicht fertig. Also der, der muss noch ein bisschen verändert werden. Deswegen hol ich mir mal in, den paar raus. Lass, der ist noch nicht fertig. Das Ding kann ich da noch nicht bekommen. Ich hab vergessen, da Trichter dran zu machen. Ich muss mal eben erst hier oben die Lava wegmachen. So, beseitigen. Hä? Was war das denn? Ich... Bücher? Kann ich... Ich mach die gleich, okay? Ich will das machen. Und geh mal wieder Holz fahren. Wir brauchen wieder neues Holz. Stimmt, er ist das zweite Mal gestorben. Ach, und... Leider ist uns die letzte Beube kaputt gegangen. Ah, das ist eigentlich recht schade. Boah, ich mach mal jetzt erstmal den Sound leise. Ich kriege Kopfschmerzen dabei. So. So, warte jetzt. Was wollte ich holen? Genau, wir können ja schon mal die Hopper bauen eben. In der Zeit. Ich... Und, warte. Bücher willst du machen? Warte. Ähm. Dann gib mir mal das Leder. Ich mach. Dann komm her. Wo bist du, kleiner Rosenkacker? Da. Warte. Äh, hier. 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 Nicht da unten in der Ecke. In der Hacker. Hallo. Ja, er fliegt gleich wieder raus. Er hat ja Internetprobleme. Basti. Jo, er ist raus. Ja, würde ich sagen. So habe ich noch mal. Nein. Und ich soll den Taskmanager schließen. So. Der wird mich hier selber wahrscheinlich gleich nochmal anrufen. Ähm, mal gucken. Ach genau, ist die Tabliste? Jetzt werbe ich hier? Ich mit meinem Lagersystem. Was wollte ich überhaupt nochmal holen? Ach genau, Eisen. Und eine Kiste. Machen wir uns mal eben Hopper. Und eine Kiste brauchen wir noch. Das können wir jetzt prägen. Und wir haben hier ein automatisches Open-System-Bot. Warte, ich lege mal eben auf. Ja, er hat ja auch Probleme. Genau, warum renn ich überhaupt hier runter? Und ich wollte das machen. Und ich wollte nachher nochmal einen Eingang neu bauen. Aber ich wollte das machen. Ich wollte das machen. Ich wundere mich mal. Warum nimmt die mich hier nicht raus? Kann ich ja gar nicht. So, mal eben hier hinsetzen. Und ich meine, das war auch wieder Hashtag-Dum von mir. So, den wäre hier hinsetzen. Und wenn man es hat, sollte man den nochmal hier innen verschönern. Und oben wäre die Lava rein sitzen. So, dann würde ich sagen, wir setzen uns den direkt hier nach an den Eingang. Ich hab was vergessen. Ich brauch da oben ja gleich wieder einen Cobblestone. Ja, ich würd sagen, seitdem der Keller da unten ist, renne ich wahrscheinlich wieder 90% der Folge nur in den Keller. Ich suche ihn jetzt nochmal an. So, ich wollte den Eingang nämlich noch hier versetzen. Oh, wenn es jetzt ist, wir haben gerade... Egal. Das war jetzt recht leise, aber... Pfff. So, Eingang. Das heißt, wir brauchen so... Steine, hab ich mir gedacht. Wenn ich schon mal hier bin. Ich mach da jetzt ein paar Werkbänker mit. Ich würd sagen, jetzt müssen wir uns nämlich hier mal eben draußen eine Provisore schicken. So. Mal gucken, wie das aussieht. So. Vielleicht sind hier noch so Luftschlitzel gleich. Ne. Oder? Nochmals jetzt. So. Mal eben gucken, was du da bist. Ne. Da komm. Kann ich nicht. Ne. So, wieder da. Ja. So. Hörst du mich? Oh. Jo, ich höre dich nicht auf, so. Ich baue gerade unseren Eingang. Kommst du gleich wieder auf den Server? IP müsstest du ja noch haben. Und ich sollte Whitelist nachher wieder reinmachen, wenn man guck. Ich muss hier ja den Server neu installieren, deswegen können wir auch Plugins installieren. Da da jetzt erstmal noch Craft Bucket drauf ist. In der Version 1.8. So. Und was... Ich hab dich mir einfach angerufen. In meinem Kommen lang gibt es die Folge. 8 Minuten schon. So, ich bin aber schon mal kreativ. Ich baue hier unseren Eingang. So. So. Na doch, mit den Luftschlitzern. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Weil ich hatte das vielleicht nachher vor, dass man das dann so macht, dass hier vielleicht ein Kolben rauskommt. Aber... Brauche ich erstmal noch nicht. Ich soll da machen was jetzt... Ja, ne, den nutz ich nicht. Daniel? Kommst du? Ach so. Ja, das sieht immer noch kacke aus. Wenn müsste der ein... Ja, wirklich. Ich baue hier ja für den Keller schon mal einen Eingang. Oh ne, hier kann man das perfekt machen. Ich muss grad mal so... kurz eingreifen. Wenn muss man das ja überall gleich haben. So. Ne, hier machen wir doch zu. Hier machen wir so. Und dann von hier... So, du kannst ja gleich mal irgendwann nachschauen. Also, ich bin nämlich schon drauf. Schon lange. Ich weiß. Dann ist immer dann nicht mehr gleichzeitig mit weg. Komischerweise. Ist aber auch egal. Ich bin mal schnell drauf. Ach ja, jetzt bist du wieder drauf. So, doppelt. Ach, bin ich dumm. Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag, wie dumm ist der. Ja. Hatt' ich vor. Ja. Ich bin hier unten am Eingang. Am werdenen Eingang. Also, du musst einfach hier aus dem Haus raus. Hier. Hier soll der Eingang hin. Was ist nochmal in Kies? Kieses. Ja, genau hier. Du musst dich ja wieder einsammeln, weil du rausgeflogen bist. So, ähm, setzt du dein Bett vielleicht nachher neben meins? Ja, fände ich schön. Also, du hast ja gesehen, direkt neben dieser Kiste, die für dich da ist. So, und dann könnt... Ich mach gleich auch direkt den Weg mit zu deinem Haus. Und zu deinem Gästen. Boah! Boah, mein Arms Ohr. Wie geht dein Mikrofonkix gerade? Hast du Kopfhörer noch? Nächstens. Also, du solltest dir echt mal wirklich jetzt unbedingt die Neuze zerstören. So, und ich hab dir schon mal gesagt, ich kann online kommen wahrscheinlich. Guck dir gleich mal die Wege an. Und er fliegt gleich wieder raus. Wie geht dein Kopfhörer noch? Ja... Wie geht dein Kopfhörer? Ach, du bist doch noch da? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.